Eka-Hasta Parivrata Paschimottanasana Eine Variation der drehenden Vorwärtsbeuge. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier ausgehend beuge dich nach vorne, Vipaschimottanasana, und fasse dann mit der rechten Hand an die Außenseite des linken Fußes. Dabei geht die Handfläche leicht nach oben. Nach innen. Und dann hebe den linken Arm hoch und strecke ihn aus, eventuell die Hand in Chinmudra. Dieses Eka-Hasta Parivrata Paschimottanasana und verbindet die Flexibilität der Beine mit der Drehung in der Wirbelsäule und der Dehnung in den Rippen. Alle Variationen von Paschimottanasana findest du auf wiki.yoga-vidya.de Und dann hebe den an die Außenseite des Einzelnen. Wie es geht. Wenn ich die Drehung in der Drehung in der Drehung. Was das nur das Drehung! Vielen Dank.